Prozent ja aber nicht bestand was wo ich noch stand aber uns doch nicht ja weil ich heute nein auf keinen Fall das Wort wird auch springen schade genug Licht ist ein Geld der Schwerdostwürden obwohl er jetzt an die Euro doch noch was ich noch genug herrlich der auch eben der Putze wieder Krieger gedacht ich dachte ich dass das einer wäre war fehl das Spiel kann das Wort gleich abpacken und immer ein Setzlinge machen sonst werden sie so werden sie nicht groß und weil die großen mag ich nicht da musste mal so hoch hinaus aber das ist eben bleibt und die Mannschaft noch erreicht das ruhig und auch mal den Setzlinge der Natur der Sanksteine so und Sitz da war ich doch so für heute auch nicht so und sonst wäre ihre Leute erwechselt mit der Uhrwalt erhält ja Union Brauchert Schmerz fällt ein erst hinter ein dass da welche runterkommen dazu vertreten können ja auch hätte was so nicht dann wird er wenn die Werner der Kassel-Sterne-Bohren wo war denn das da ja so eine Imbauhöhle die auch nicht mehr als einen beinhalten soll so ist für verschwendung ist aber nur praktisch vor und jetzt kann man nämlich hier auch in der höhle licht bauen damit man mehr sehen aber wie gesagt wir werden uns nicht groß unterirdisch irgendwie einrichten zumindest vorerst mich genau so ein bisschen spaß muss sein dann ist die welt voll sonnen da klopft die fache runter nein da pass ich drauf auf ne also so was fällt immer bei let's play ist ein nie im richtigen leben ja gut so ok wir versuchen mal eine gelegenheit so ein witz draus zu machen also dann suchst du lange Prozent 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 hoffen das nicht irgendwie Sand darunter kommt ja das ist ganz schlecht dann stopp man nämlich weil man dann die haben die Woche sagen die Chance dass du dann da wieder rauskommst ohne dass du da stirbst ist sehr geringer wenn du hast du hast du hinten rausgehen und wenn du Pech hast hängst irgendwie fest genau so nicht toll nehmt ja sterben ist nicht toll sie ist eh an die auch gepasst wir haben uns ja ich werde ich über die Welt machen wird man sollte machen was die Fachell weil sie ist immer da vor allem hier die eine Wand an der Seite einwand und ist es wieder gekostet wo man es hier ja zum Beispiel und da dann wenn du das Mainz großer Meister jawohl dann wird es so sein so die Wand werden wir jetzt im nächsten Port weiter bearbeiten bis dann bis dann so willkommen zurück bei Minecraft weiter geht es und zwar jetzt genau und zwar wollten wir die ja da ist er vor kurzem müssen die die Wand weiter prügeln ja irgendwie haben wir brauchen mehr Steiner Held ja weil du noch dann äh die Dinges da fertig bauen willst ja und ich hab mir überlegt oder wir haben uns überlegt eventuell ich weiß nicht ob das bei dir immer noch aktuell ist Kohle 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 ist bei mir aktuell und zwar immer nein das meine ich gar nicht aber ich meine ob wir hier unser Haus rein ja ja ne also ähm das war hier nachdem ich fände ich im Prinzip keine schlechte Idee nur wir müssten uns dann schnell mal eine Leiter da hochbauen weil das würde uns wahrscheinlich dann im Verlauf immer ziemlich auf den Sack gehen wenn wir da ja auch rutschen müssen das ist ja auch nicht so viel ja dann gehen wir erst mal nur machen wir uns eine Leiter stellen wir uns so so den Schaf Möhö auf die Fresse ach nee Pam Wolle eingesackt und weiter haben wir hier noch Holz drin nein hier haben wir keine Holz drin weil wir müssen ja irgendwie den Leiter herstellen und die stellste durch die äh wooden Planks hier vorne na genau da die raus 6 haben wir da übrigens noch 6 genau dann hier was weiß ich wie viele brauchen wir 2 also wenn man hier 3 hier packt hier 3 und dann in der Mitte kriegt man 2 mal Leiter also Leitern wo man eigentlich sehr viel vom Brauch in Minecraft ich benutze sie gerne immer damit man senkrecht mach noch ne Runde drauf wir haben noch 12 da unten 12 unten Planks ah genau wie eben schon gesehen äh ich benutze immer die Leitern gerne damit man ähm in der Erde runter kommt weil es geht schnell hoch es geht schnell runter man muss nicht weit oder sich kompliziert kramen von daher ja genau wir setzen wir dir am besten gleich mal da hin weil das ist ziemlich nervig eigentlich am besten wollen wir uns da unten gleich erstmal ähm Battle-Bone und dann können wir gleich da hin ja auch nicht schlecht nicht runterspringen ne äh das tut damage ja ich sag schon auch so natürlich nicht jetzt wollen wir mal gucken ja jetzt setzen wir gleich ne da vielleicht nicht weil da muss man auch hüpfen gucken guck mal links am besten Ups Lohr Sager gefallen äh na mach mal hier am besten weil ich hab nämlich jetzt vor das ist jetzt gerade das geht, das ist gut hast du zwar, die sind schon ausgewählt, genau eins, zwei, drei könnt ihr natürlich auch im Klettern bauen so und hier möchte ich auch äh Dings hier haben, weil Erde will ich nicht, dass die Dinge unbedingt so einheitmäßige äh mäßig aus ähm jetzt müssen wir Steine gucken, aber die sind noch nicht verarbeitet, egal machen wir Improvisoren so so das war die dann hier hinten hämmern ja hämmern ist auch gut ne Steine hämmern ja weg hämmern wenn schon ne ja naja Lohr 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 da bauen wir einfach vorne schön was äh vor und am besten aus Steine, bauen wir uns da rein noch ein paar Fackeln und dann geht das eigentlich wenn wir uns die Tür reinbauen natürlich stimmt oh, hier können wir erstmal mal ein bisschen Sand hinmachen, das war oh, jetzt haben wir so ne Strömung ne, weg, das geht schon Lohr 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 jetzt bauen wir uns erstmal ein Lohr Lohr Hammerwoller Verlangen so ausgewählt äh, wo wir uns sind, der ist gesetzt den da mal nicht so kaputt hauen Attacke Scheißbogen soo und wie war ja hier im letzten Play zeigen habe ich ja äh, weil ich mich ja ein kleines bisschen schon mit Minecraft auskenne äh, ein zweiter hat man das Spielerkommer, ja, könnte man doch äh, den ich dann mal irgendwann in einem Let's Show zeigen werde ach so, du meinst den zweiten Speicherstand ja, ja, genau dass ich den irgendwann mal in Let's Show zeige ähm, wo ich allerdings noch sehr am Bauen bin gerade ja, weiß das nicht, mit meinem Kopf bist du nie fertig nö eben oben oh, das hab ich nicht immer naja, Mitte, nicht oben obwohl, geht auch oben und das heute ist in Mitte aber eigentlich auch logisch, ne, irgendwie ne, wo wir das Bett gleich da unten hin kloppen noch ein paar Sterne vorne und geht das außer wenn es jetzt dunkel wird, ne äh, doch, das geht dann auch jetzt bauen wir doch gleich zwei Türen zwei ja, warum nicht zwei ich mag das nicht, weil wenn nur so eine Tür ist, dass es irgendwie immer so, äh, Engmände dann da durch willst also ich finde, zwei sollten es immer schon mal oh mein Gott so hast du eine für da oder wie, für die Höhle was machst du denn hier? egal, jetzt immer noch ja, Arme immer ah, wir haben was vergessen, wir haben was vergessen das war, wir müssen so ein Setzling hier wieder hinsetzen, sonst wächst da auch nichts mehr wir sollten noch mal die anderen Bäume da hinten und so mal weg machen dann ja, ja, jetzt hat Zeit so boah, da ist ja da was runtergefangen ne ne das Huhn da das Huhn da das Huhn ist runtergefangen tja tja, kakaa, waaack kann ja auch gut sein, ne ja, geht schon kommt noch nicht gut ne so, irgendwie komm wir das mal in die Wand vorne tja, kakaa, irgendwie soll ich mal sagen, machen wir hier das Einheitlicht, dass das soll ja symmetrisch sein so machen wir nämlich hier erstmal normal hin, da war ja noch nichts anders haben, das kann man ja alles hinter, ändern und so kann, muss aber nicht kann, wobei sagen, so ja, komm mal da bis zur Ecke noch und so ah, da läuft ja was dabei, wenn du weitermachst ich hatte nur jetzt einen richtig geilen Wassereinbruch ne oh, kann ich ja eigentlich, kann ich ja eigentlich machen aus dem einfachen Grund, weil da passiert ja nichts ne wirklich, ey, ich hatte recht ne, Sonntag oder so, da hatte ich einen richtig geilen Wassereinbruch schön in der Höhle gebuddelt ähm, mit der Spitzhacke, war keine Erde da, sondern war halt Stone da ja auf einem Wassereinbruch ich das zurückkleister, dann mal ein bisschen höher geguckt, äh höher gegraben und dann mal reinguckt, was da war, das war kein unterhölischer See hm das war von meiner zweiten Höhle der Unendlichbrunnen tja dann hast, äh wie man sich seine eigenen Fallen stellt ja kann mal schnell gehen, ne ja das ist blöd oh, und schon keinen Sand mehr naja, lass erstmal die Mauer bauen noch Mauer? erstmal die Türen einbauen äh oh, ja, ne, gerade wieder so, einmal Tür 1 und einmal Tür 2 jetzt hatte ich mir gedacht, muss man die nicht von außen einbauen ich bin auch noch nicht fertig das soll jetzt da außen werden, irgendwie ja, ja, weil, hier unten, wir wollen uns ja hier nach hinten bauen, von daher ja 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 ja